Als nächstes, ebenfalls für die Verfasser, Frau Kollegin Schake, für zwei Minuten. Wir wollen auch die Menschen, die zu verabschieden, die diese so-kaltigen Krimen zu verabschieden sind, oder die Menschen, die Menschenrechte und andere Arbeit in Uganda zu unterstützen. Unsere Frage ist, dass freie Sexualorientation und freie Expression sind Menschenrechte, die sich verabschieden würden, und dass diese nicht nur Europäische Verteidungen sind, sondern auch universalen Verteidungen. Also, wir verabschieden auch die Death Penalte, als ein whole, und wollen die internationalen Gemeinde, die sehr beschäftigt sind, und auch die NGOs, die ihre Aktivitäten in Uganda verabschieden müssen. Also, wir haben den Präsidenten Obama und anderen in der internationalen Gemeinde, die nicht zu verabschieden haben, und zu verabschieden, die die Homosexualität in Uganda kriminalisieren würden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes, ebenfalls für die Verfasser, für eine Minute Herr Kollege Tenok. Mr. President, Uganda is a deeply Christian country where traditional values hold sway. Homosexuality is illegal in Uganda, as it is in many African countries. We must, of course, be sensitive about forcing our more liberal and tolerant values on others, because it can sometimes be counterproductive. Aber das ist ein bisschen … … … …